Heute ist Samstag, der 12. März. Wir fahren gerade zum Kronplatz hoch. Es ist wunderschönes Wetter und wir werden kreuz und quer fahren und das gesamte Skigebiet erkunden. So, wir fahren jetzt hier runter, da kommt ein klaches Stück, um dann mit dem Lift nach oben auf den Wippen zu fahren. So, wir fahren jetzt hier runter. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018